Guten Tag, herzlich willkommen zurück zum Gameplay von Titan Quest Ragnarök. Ja, ich bin jetzt noch ein wenig am Item suchen gewesen, aber habe nichts gefunden, außer den Obsidian Brustpanzer und den gibt es relativ oft. Aber ich bin sehr froh, dass das Projekt noch gut ankommt. Es ist ja auch jetzt schon einige Zeit her, seitdem es gestartet ist, viele Parts rausgekommen und auch ein bisschen Paisen waren dazwischen, wegen gesundheitlichen Problemen von mir und trotzdem wird es noch gut geschaut und da bin ich sehr, sehr froh natürlich. Ja, und jetzt kommen wir auch in einen super Abschnitt des Spiels, also wirklich, ich liebe dieses Chinesische. Und das wegmachen, so. Ja, ich freue mich einfach riesig, da durchzulaufen und Quests zu machen. Ja, vielleicht noch ein paar Items zu finden. Ja. Oha. Hier kommen diese Kristall-Golems. Hier sollte ja der Golem sein, äh, der Yeti. Nein, nicht der Yeti. Doch, doch, der Yeti ist es. Ja. Okay. So. Ich mache noch ein bisschen lauter, weil beim Farmen habe ich da immer wieder ein bisschen Probleme. Ja, die Musik ist aus, weil es halt rechtliche, äh, also die Songs sind geschützt. Das ist das Problem. Aber, ähm, ja. Es muss ja nicht unbedingt Sound in einem solchen Spiel sein. Also Sound, äh, Musik. Und, ja. Gucken wir mal, wie es geht. Ähm, mit dem Sterben. Da hat es jetzt wieder diese Raptoren, die schon ein bisschen Schaden machen den verschiedenen Beschwörungen. Aber wir werden jetzt dann bald stark gebufft werden. Ich denke jetzt von dieser Quest natürlich. Und dann auch noch von den Items, die dann, ja, auch so bald kommen mit den Ersatz, also weiteren Beschwörungen. Da müssen wir aber aktiv im Kampf mitwirken, habe ich gesehen. Ist ja auch normal, also muss jetzt nichts ändern, muss nicht mehr angreifen. Aber ich hübs jetzt schon mal. Weil ja ungefähr mit 10 bis 20 Prozent werden die dann beschworen. Und das wäre ja gut, wenn die beschworen sind und nicht nur, ähm, warten darauf, beschworen zu werden. Ja. Eine schöne Höhle. Sehr ab, also, sehr viel anders als die normalen Höhlen. Die sind mir schon ein bisschen zu langweilig. Aber, ähm, es ist jetzt schon wieder? Okay. Ich muss vielleicht, ähm, doch das wechseln mit der Anzeige. Aber ich komme natürlich leichter auf Tab. Und das ist eben nur die weiße. Okay. Ich hoffe, wir sind richtig, sonst gehen wir halt nochmal kurz zurück. Aber hier könnte es sein. Mal gucken, hm. Ich bin gespannt. Schnell die Feuer. Teile töten. So. Ja, und im nächsten Level haben wir die Naiade, äh, ich glaube, was... Hm, Nymphe, genau. Ich immer mehr Naiaden, weil ich das in einem anderen Spiel hatte. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welches Spiel es war. Gut, schön ausgewichen. So, haben wir ihn erreicht. Immer schön ausweichen. Und nicht halt zu weit weg gehen, sondern Runden machen. Wunderbar. So, ja, viel AP bekommen. Das ist toll. So, und Hundegesundheit auf die Begleiter. Auf alle Begleiter. Ha! Ich wusste es. Lazarus-Armschienen. Okay, sehr interessant. Das könnte etwas für unser Bild sein. Hier haben wir einfach so ein bisschen, ja, ein normales Ding. Ah, nein, es ist schon wieder... Wieso gibt es so viele Nahkampfzwerke? Die haben das wirklich nicht so balanciert. Das ist... Ja... Lazarus tönt irgendwie wie ein Magier. Okay, schade. Hm. Ja, wie viel haben wir jetzt schon gefunden für den Nahkampf? Und wie wenig? Wie viel Magie? Schon extrem. Immerhin drei Bögen, aber noch keinen einzigen Stab, glaube ich. Ja, nur einen grünen Stab. Stab des Magiers haben wir gefunden. Ja, es ist jetzt gerade nicht so toll für uns, aber ja. Wir haben jetzt viel mehr Gesundheit auf den, ähm, ja, Beschwörungen und... Wir sind jetzt eigentlich so richtig zäh. Außer eben gegen diese Dot-Flächen-Effekte. Aber gut. Die wurden halt eingebaut und man kann es nicht ändern. So, noch ein bisschen Loot mitnehmen. Auch wieder High trinke. Ich habe ein paar gebraucht, weil ich da bei der Harp hier, bei Memphis, ähm, gefarmt habe. Weil die hatte, ähm, eigentlich immer gute, also jetzt glaube ich zwei von den blauen Items getroppt. Aber ich habe es einfach nicht mehr besiegen können und weiß auch nicht. Jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal hingehen, wenn der Part vorüber ist. Genau. Der zweite Part dann auch vorüber ist. Gehe jetzt wieder ein bisschen mehr Videos bringen. So. Okay, die da. Okay, okay. Okay, okay. Siegt ihn? Ja, aber schneller. Okay, sie bekommen fast keinen Schaden, Elbe. Das ist cool. Aber dennoch sind wir ein bisschen gestunnt. Ja, endlich. Also, ich habe schon lange gewartet, bis die, äh, stärker werden. Und jetzt werden sie bald auch nochmal stärker, äh, also zähl. Und, ja. Ist ja eigentlich gut. So. Hier werde ich mal alles erkunden, wenn ich, ähm, farme hier. Hier lässt sich nämlich gut, äh, kämpfen. Also, es droppt leider nicht so viel, aber dennoch muss ich natürlich nochmal durchgehen, um alles zu entdecken. So. So. Jetzt müssen wir einfach den Ausgang bald noch finden. Können vielleicht doch alles entdecken. Hmm. 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 Ja, es droppt jetzt wirklich wenig. Okay, ist nur diese Ebene. Hmm. 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 Okay. Das sieht man gar nicht. Ja. Dann ist klar. So. Äh. Wo war das? Noch eins weiter. Gut. Ja, die Symbole, also das rote Höhlen-Symbol, das ist so winzig. Das sehe ich natürlich im ersten Blick nicht. Und ich bin momentan ein extremer Path of Exile-Fan. Also, es hat zwar manchmal ein bisschen Macken mit dem Server, weil das ja extrem schlecht ist, so ein Ex-Bike hat. Oh, aber es ist wunderbar. Also, der Schwierigkeitsgrad ist sehr hoch. Obwohl ich jetzt eigentlich überall durchrasche. Weil ich einen neuen Charakter angefangen habe, der eigentlich recht zäh ist für das Endgame. Hoffen wir mal. So. Guten Tag. Was hast du denn für Sachen? Das kannst du gut erzählen. Das ist ja auch atemberaubend. Nicht. Ja. Schade. Mit so einem Billighändler, der nichts hat. So. Jetzt kommen wahrscheinlich die grossen Wölfe. Äh. Wölfe, sag ich schon. Ähm. Tiger. Und auch die Dracone, oder wie sie heißen. Bin mal gespannt, wie sie heißen. Weil die kenne ich jetzt eigentlich nur auf Englisch. Weil ich, äh, bei einem englischen YouTuber natürlich Titan Quest geschaut habe damals. Als ich dann noch nicht so gut spielen konnte wegen den, äh, wegen der neuen Hardware. Habe ich so ältere Spiele dann natürlich immer als Let's Play geschaut. Bei Leuten, die noch nicht so einen guten PC haben. Und jo. Jetzt ist ja, ja vor einem Jahr ja die, äh, anniversary edition rausgekommen und die läuft eigentlich fast flüssig. Und mit Regenrock ist es ganz flüssig geworden. Und ich freue mich auf jedes weitere Add-on, der sie ab. Ja. Das Spiel könnte noch zu einem echten Geheimtipp werden. Heißes eigentlich jetzt schon. Aber es ist halt, es hat einfach schon extremes Alter vor sich. Und ihr wisst ja wie die Leute immer sind. Immer die beste Grafik haben. Ich kann halt Titan Quest nicht mithalten. Aber für alle, die natürlich nicht auf die Grafik schauen. Ja, ihr habt ja wirklich ein super Game. Vor euch. Das man auch schön schnell machen kann. Ich habe ja auch schnell. Und es ist eigentlich sehr, sehr interessant so schnell zu spielen. Weil die Leerläufe dann einfach weg sind. Äh, wenn ein Gegner resistent zur Schautensart war, dann war der Kampf immer so extrem lange. Und so ist es eigentlich super. Da wird es schon extrem abgefürzt. So, schauen wir mal hier in der Höhle ein bisschen um. Es scheint, als würden wir in der anderen Höhle sein. Also, ich glaube es geht nach rechts. Es müsste nach rechts gehen. Aber schauen wir mal, was hier drin ist. So. Der Feuerzauberer hier. Das ist ein neues Neanderthaler. Es sehen wirklich nicht wie Neanderthaler aus. Aber es ist eine interessante Gegner-Spezies sozusagen. Aber mir ein bisschen zu blau. So. Und jetzt haben wir noch den anderen. Haben wir irgendwie einen Weg noch? Ja. Also das sind Neanderthaler. Okay. Verstehen. Schnell mal den Schrein holen, damit wir mehr Schaden machen. Ja, es läuft sehr gut. Aber jetzt möchte ich gerne wieder mal ein Item haben. Ja, bei den Drachenleuten gibt es dann sicher wieder Magie Sachen. Ja, wir haben auch sehr große Defensive jetzt. Geht eigentlich sehr gut. Ja, da ist nichts in diesen Höhen. Winzy kleine Höhen. Haben wir alles? Ja. Da ist nichts. Nur eine Trüge. Die nichts macht. Okay. Keine Items gibt nichts. Nur eine Dekoration. Hm. Also der Akt 5 sollte dann wirklich das Niveau wieder extremst nach oben bringen. Jetzt ist zwar das Niveau schon extrem hoch. Aber eben ohne Items macht es halt auch nicht so viel Spaß jetzt gerade. Wir werden schon gelogen. Ich weiss nicht wieso. Die Magie einfach nichts tragen. Nur weiße Items. Jetzt würden sie ja trocknen. Aber sie trocknen überhaupt nichts. Das ist wirklich komisch gemacht. So hatte ich das nicht in Erinnerung. Ich war immer gerne Magier in diesem Spiel. Aber dass die Magier so wenig bekommen, verstehe ich nicht. Weil was ich brauche ist Abklingzeitreduzierung. Aber das haben sie ja extrem genervt. Dennoch. Ja, einfach mal schauen. So viele Höhen. Okay. Jetzt haben wir rote. Ja, jetzt ist natürlich der Schnee weg. Dann gibt es rote. Mhm. Okay, wieso bist du hier nach oben, wenn keine Gegner her sind? Lieber Wolf. Du machst mir schon ein bisschen Angst. Und ich muss natürlich wieder tanken, weil die zu dumm sind. Also ich tanken in den Höhen ist nichts. Ich gehe nicht in die Höhe. Damit wir ein bisschen schnell aus diesem Gebiet sind, wo nichts dort. Was ist denn Holz für ein Haken-Schwert? Haha. Okay, einen Moment kurz. Ich muss kurz spritzen. Also wir wiederhören partnership. Okay. Okay? So. Okay. Aber es geht darum. Das blöde Diabetisch. Ich habe es noch voll vergessen, weil ich es gerade vergessen habe. Ich habe immer so Lust, nach dem Essen einfach aufzunehmen, was mir vielleicht einfach nicht so gut geht nach dem Essen. Und ja, da müsste ich eigentlich noch spitzen kurz davor. Aber ich habe mir natürlich so viel vor. Ja, ich bin verwundert, dass ich überhaupt das vergessen habe, weil ich sehr, sehr gut natürlich daran erinnere, dass ich noch nie vergessen habe und trotzdem jetzt mal passiert, aber gut. Es ist halt jetzt auch gerade momentan so eine Phase, wo ich einfach sehr gehypt bin, Videos aufzunehmen, euch eine Freude zu machen hier an Weihnachten und so weiter. Ja, es ist ja nur noch fünf Tage und ja, dann haben wir es schön. Also ich genieße es einfach, wenn es so ein bisschen ruhig ist, draußen auf der Strasse und so. Jetzt kommen die Tiger. Es gibt mir sehr viele Inspirationen zu einem Mod oder, ähm, ja, King, äh, Spiel vielleicht bald noch. Ja, das ist natürlich nicht gut, wenn die wieder diese Flagge haben, das macht den Schaden extrem runter. Die Flaggen sind wahrscheinlich voll ausgebaut. Zweimal. Dann hauen wir lieber ab. So, das könntest du nämlich nicht einsetzen. Das ist die beste Taktik gegen Flaggen. Das schwarze ist ja cool. Das sind die Rudelanführer scheinbar. Ach, genial. Ja, schon wieder so ein Hackenschwert. Ja, aber gedroppt habt ihr noch nichts. Ich glaube, hier ist ein optionaler Boss dann. Ich weiß jetzt gar nicht wo. Noch ein bisschen weiter. Aber eben, er ist nicht da nochmal. Denke ich mal. Das sind dann, äh, höhere Schwierigkeiten gerade. Oh, wie die auf uns losstürmen. Die haben eine große Agro, hm? Okay, da kommt dieses Gebiet. Das weiß ich gar nicht. Ist das wirklich nach dem Gebiet? Da kommt doch die chinesische Mauer. Hm. Schade, dass sie nur wirklich einen kleinen Durchgang ist. Aber, äh, ihr kennt es ja, wie sie aussieht. Also, da muss man ja eigentlich gar nichts erklären darüber. Gut, auf den gehen, auf den gehen. Okay, wenig Schaden erlitten. Ja. Ja. Die Makelaren sind sich. Das ist klar. So. Ja, okay. Ist jetzt nicht nennenswert. Sehr schön. Ja, jetzt natürlich wieder. Ach, Goji. Ich weiss nicht, wieso die das so komisch balanciert haben gegen Pets. Kommt, helft mir. Macht viel Schaden. Hop, hop. Die Pets kommen einfach nicht, weil sie auf den anderen viziert sind. Weil der halt stärker ist. Durch den, durch die Standarte. So. Da ist fertig. Jetzt müssen wir eigentlich... Jetzt muss ich doch mal noch kurz schauen. Wo war denn das mit dem... Das könnte vielleicht hier gewesen sein. Dann kommt das nicht so vor. Aber irgendwo ist eine, äh, geht es nach links und dann kommt eine, äh, Brücke und dann ist ein Feld. Ich glaube das Klettrache ist da. Also das würde ich besser sagen. Mal kurz. So. Der Geschmack von Pommes macht das Reden schwer. Haha. Da würden wir am liebsten noch mal genießen, die Pommes. Ja, bitte. Kommt. Geht. Dort ist schon sterb. Jetzt. Also viele Mal. Ah. Die müssen abhallen. Hahaha. Ah, das ist noch interessant. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Nicht sterben. Mal. Guck. Das ist jetzt mal interessant. Sehr gut. Ähm, könnt ihr heilen, bitte? Ähm, ja. We haben keine Heilmöglichkeit. glaube ich. Moment kurz. Ja, wir haben sie gar nicht geskalt, ja. Weil es ist halt sehr gering. Ich habe sie, glaube ich, weggeskalt. Aber eben dann braucht es nicht. So, bei wenigen können wir da die Standorte anhaben, müssen aber eben konzentrieren auf die Standorte und das machen nicht alle. Aber es ist sehr interessant jetzt, wirklich. Das ist fast schon toll. Yeah, grüne Seiten, endlich. Was ist hier unten? Das ist sehr interessant, geil. Ich kenne gar keine Hörner hier. So, dass sie gekennzeichnet. Bei so viel Ausdauer halte ich noch in jedem Time-Quest. Das ist wirklich super, dass ich da ein Gameplay mache und ich eben das so schnell wie möglich zeigen kann, ohne zu farmen. Aber eben, es bringt wirklich nichts zu farmen in diesem Spiel jetzt noch. Die Entwickler wollen das wahrscheinlich, dass man später farmen muss. Ja, ist auch gut. Und deshalb, ja. Es ist umso besser, wenn wir schnell vorwärts kommen. Also richtig genießen kann man das Spiel dann auch in den letzten Schwierigkeitsgrad noch. Und vielleicht einmal zuhören oder so. Aber ich denke, dann will man eher dann wirklich die super Items haben. Also, ja. Eben in einem Let's Play würde ich das natürlich alles vorlesen oder vorlesen lassen. Sie sind recht langsam im Reden. Also, ja. Es macht nicht so viel Spaß, denen zuzuhören. Und, ja. Ich bin sowieso jetzt auch momentan am Schnellreden lernen. Weil ich bin ja wirklich kein Deutscher. Also zu 25 Prozent. Aber niemand redet mir mehr Hochdeutsch in der Schweiz. Und deshalb, ja. Aber ist doch einfach ein bisschen schwer. Aber gut. Die Raptoren natürlich. Sehr viele Raptoren gerade. Ich besiege jetzt gar nicht alle. Die geben sowieso nichts. Ja, die Raptoren und so nehme ich noch ein bisschen mit. So. Aber in einem solchen Spielen ist ja die Abwässlung sehr groß geschrieben. Deshalb muss man halt schnell spielen. Das ist ja auch ein Action-Rundspiel. Ja. Und wer wirklich sehr gerne zuschaut, der kann auch einige Zeit Langeweiliges sehen und bin nicht gleich gestört. Aber es gibt Leute, die können nichts aushalten und sagen dann immer, ich soll schneiden oder so. Und es ist sehr schwer zu schneiden ohne Geld. Also ohne ein Programm zu kaufen. Weil unterstützt werden die Kranken einfach nicht. In der Schweiz ist es besonders schlimm. Ich sage immer wieder, ich könnte immer überarbeiten. Ich möchte gerne, ja, lernen, ein Game zu entwickeln. Also Informatik noch fertig machen. Und dann, ja, eben einen schönen Beruf zu haben, der jetzt nicht allzu viel abverlangt. Weil es ja auch ein Hobby ist. Ja, aber sie sagen sofort nicht. Das kannst du nicht. Du musst dich schonen. Die Muskeln nicht so viel haben. Ja, ist gut, nicht zu schreien. Okay, der hat ihn gefangen. Das fühlt sich aus. Okay, ist schon tot. Ah, da ist sie. So. Meine Tochter lebt. Ach, Fremder. Vielen Dank. Vielen Dank. Interessante Quest. Fertig. Ja, so Reduktion von allem ist sehr interessant, aber man hat tausendmal mehr bessere Items. Ja. Vielleicht für einen Paladin, der nicht auf Angriff schauen muss. Und da müssen wir uns schon zu zweit spielen. Interessante. Was sind das jetzt für Leute? Was sind denn das für Riesen? Sei gegrüsst, Reisender. Vor dir liegt die große Mauer, die unser Land vor den Barbaren kommt. Ich sehe es leider nicht mehr, aber ja, vielleicht sind sie nur Riesen. Da links geht es gar nicht. Und das ist jetzt die chinesische Mauer. Unser Befehl lautet, die Mauer zu befreien. Aber diese Peng machen es uns nicht leicht. Ein Riesiger ist beim Wachtturm dort hinten aufgetaucht. Die Männer wollen ihn nicht bekämpfen. Wir müssen einfach... Da ist ein Riesen-Peng, der macht recht viel dort Schaden. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Warte, dass es nicht der Riesen-Peng. Könnte hier vorne sein oder könnte auch ganz weit hinten sein. Hier habe ich immer toll gefarmt, weil ich da kein Ding habe nach dem Kommen, nämlich diese Drachenmenschen. von Menschen. Die droppen natürlich viel, aber die nicht. Das ist der Riesen-Peng. Ja, das ist der Riesen-Peng. Oh, der macht viel Schaden. Okay, das ist glaube ich nicht, wie in einem Mod so an Feuer schleuten und so. Komisch. Kommt, saugt ihm das Leben namens noch ein bisschen, damit er euch haltet. Riefchen, bitte. Sehr gut. Na, jetzt müssen wir noch mal kurz zurück. Quest abgeben. Wollte ich ja noch mal einen trinken. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was wir bekommen haben, aber wahrscheinlich bekommen wir jetzt etwas über. Du hast den Riesen Peng besiegt. Ja, der war schon nicht schlecht. Er hat ein Dutzend unserer Männer wie Fliegen davon gefegt. Ich danke dir, Krieger. Bitte überbringe dem Kommandeur die Nachricht, dass wir die Mauer bald befreit haben. Ja, jetzt ist es seit 30 Minuten. Ich mache noch ein bisschen längeren Part, weil ich den Peng natürlich überspringen will. Ähm, der ist nämlich nicht so gut für die Pads. Und nein, ich mache kurz einen neuen Part. Bis, ja, der nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.